Ich schmähe sie alle nieder, zweiter Teil. Ist das ein geiles Gerät, ey. Ist das einfach nur der Wahnsinn. Habe ich das mal früher gewusst hätte, kann ich leider die Dorn nicht mehr verwenden. Idee für Bungie, es soll ja bald einen Modus geben, wo man keine exotischen Sachen mehr benutzen kann. Wo es keinen Super mehr gibt und keinen Radar mehr gibt. Ich habe die Gegenidee dazu. Wie wäre es damit, wenn man nur exotische Sachen benutzen darf? Das wäre doch geil. Oder so viele wie man will. Nicht nur, aber so viele wie man will. Dass ich mir permanent mit Dorn, Schmähung und von mir aus Donnerlord oder was auch immer hier die Action geben kann. Dann hier mit allen möglichen Rüstungsteilen exotisch. Ey, es würde so abgehen. Im Sekundentakt würde das super dir um die Ohren fliegen. Du würdest nicht mehr leben, wenn du eine Sekunde entgegnen siehst. Wäre alles vorbei. Das wäre einfach so gut. Bitte Bungie, macht so einen Modus. Ich will einen Exotic PvP-Modus. Das wäre einfach so der Wahnsinn. Eine Dorn und Schmähung gleichzeitig. Ich würde nichts anderes mehr spielen. Nur noch dieses Spiel. Ich würde alles löschen, wenn ich jemals irgendwann installiert habe. Weil ich weiß, ich spiele es nicht mehr. Nein, ich bin da raus. Noll, der Vologlaus hat uns geholt. Was hat da denn los? Ich hatte keine Munition mehr. Die hatte halt nur vier Schuss. Das muss man mal bedenken. Das ist, glaube ich, der größte und einzige Nachteil. Die hatte halt nur vier Schuss. Aber Spielung, Leute. Mit der Dorn. Das ist super, das ist Spiel. Wäre so gut. Das wäre einfach unfassbar genial. Unfassbar genial gut wäre es. Mist, da ist noch einer. Heidenhei. Was ist da los? Wirklich. Bungie, macht es das. Das macht einen Exotic PvP-Modus. Bitte. Ich muss es haben. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Oh, deine Last Word. Oh, oh. Oh, oh. Eh nicht gut wie die Schwierung. Oh, oh. Ey, du bratst halt alles weg. Du kannst immer zwei Schuss machen. Instant. Komm her, du Last Word. Nahkampfkill. Jetzt läuft es gleich mit den Nahkampfkills. Wenn man Shotgun nennt, dann geht es noch ein bisschen einfacher. Nein, ich bin tot. Aber, ah, das war witzig. Das war klar. Nachladen ist dann irgendwann mal. In zwei Leute rein teleportiert und beide weggefratzt mit der Schwierung. Das geht ab. Ich spiel nichts anderes mehr. Ich spiel nur noch Schwierung. Ich weiß, Shotgun ist lame, aber das macht dann echt Laune. Ja, hinter mir weiß ich. Weiß ich. Ich dachte, der kommt vielleicht nicht. Vor mir weiß ich, wenn ich nicht auch eine habe. Lass mich spawnen, ich will schmähen. Lass mich spawnen, ich will schmähen. Lass mich spawnen, ich will schmähen. Ich darf nicht spawnen, Leute. Irgendwas. Schauen wir uns mal an, was der Night Fury so macht. Night Fury 888. Pass auf, da kommt einer. Der kommt, der kommt, der kommt. Oh nein. Schwere Munition kommt auch. Können trotzdem nicht spawnen. Wer ist lebten noch? Keiner mehr. Jetzt holen sich beide schwere Munitionsteile. Das ist natürlich nice, Destiny. Das ist sehr nice. Schwere Munition verfügt. Ja. Jetzt haben wir das Spiel eigentlich dadurch verloren. Ja, vielleicht schaffen wir es noch. Ansonsten Klingentänzer in die Gegner rein. Ich habe gar nicht gewechselt, oder? Was habe ich denn jetzt? Aber ich habe schon einen Klingentänzer. Ja, ich habe nicht gewechselt, ich steppe. Ja, war klar, dass wir es jetzt nicht mehr führen. Ideal, Schmierung. Schmierung. Schmierung, 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 Schmierung. Ist die Waffe gut. Ist das alles toll. Lois, was geht denn da ab? Der Hologlaus. Holod sie, alle weg. Okay, hier vielleicht mal nicht Schmierung auf die Distanz. Vielleicht doch Schmierung. Ja, siehst du, ich sage ja, wir verlieren jetzt, weil sie sich alle schwere Munition geholt haben. Und wir jetzt nichts mehr machen können. Es ist das Spiel gelaufen für uns. Jetzt haben wir 4.000 Punkte, deswegen verloren wir, wenn wir nicht spawnen konnten. Die 10 Sekunden, 15 Sekunden. Ai, 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 ai. Destiny. Na ja, gut, dass ich keinen Sieg-Bounty dabei habe. Er hat auch schon den Helm aus dem Raid. Was geht hier mit den Leuten ab? Wo hat ja jeder den Raid aus dem Helm? Äh, ihr wisst, was ich meine. Ich könnte mal super machen. Irgendwann sind jetzt wirklich gegenwann, was zu tun. Ja, halt, ich hab dem gar nichts abgezogen. Schau mal auf. Ich muss mal irgendwann einen Klingentänzer machen. Aber ich werde nicht irgendwo an und wo und warum und überhaupt von dem falschen Helm an. Kann ich den Helm wechseln? Das ist dann wie gesagt wird. Weiß man nicht. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Ganz gechillt. Zone 10 neutralisiert. Ja. Ach Gott, wo ist der denn? Das ist ja geil. Bitte? Was? Wo war der? Ich hab's nicht gecheckt. Äh, der Klingentänzer 1, weil da schnell hinterherläuft. Das ist gut, wie man das. Ich hätte irgendwie ein Pulsgewehr. Jetzt hat er seinen Bad Chouchu abgeschlossen. Sein Bounty. So lol. Messer ins Gesicht. Ich geb den falschen Helm an, was will ich mit dem Schwachkopfradar, wenn ich nur Sekundärwaffen spiele? Muss ich mir mal erklären, wie ich hier truhe? Schon wieder? Noll, war doch nicht. Na ja, gut. Hm, ist schon langweilig. Ahhhh, Leute, lasst mich doch mal ein paar Fraks machen, ich mach ja ein Video und so. Sieht doch auch geil aus, schau mal, wie das Rot leuchtet, ist das nicht der Hammer? Oh, Frick, guck mal das Radar an. Ja, super, ey. Ahhhh, ich lauf durch alle durch und dann kehrt mich der von hinten. Zone B verloren. Noch 5 Minuten. Weiter Zone B erobert. Zone A verloren. Noll, hab ich auf ihm gelandet. Na ja, na ja, das Spiel ist aber verloren. Link Spawn Bug verloren, hab's gesehen. So, jetzt aber. Was? Nicht tot? Was? Spähung, warum lässt du mich im Stich? Nicht zwei Schuss auf den, nicht tot. Ach komm. Das kann doch nicht sein, ey. War perfekt, ey. Guck mal, ob zu schießen, da ist keiner. Ist doch niemand. Zone B ist neutralisiert. Ahhhh, schon wieder einer. Super. Der Holoclaus. Wie oft hat denn der Superbille? Wo ich wieder Damage kriege von der scheiß Granate, wo ich mich durchteleportiert hab. Das war's, Leute, das war's. Mein Gott. Wär nur ein schönes Video geworden, wenn ich den Spawn Bug gehabt hätte. Das war genau die 5000 Punkte, die wir durch die schwere Munitionskacke da verloren haben. Kannst du nicht spawnen und er spawnt die schwere Munition und der Gegner muss nicht einfach alles. Und wir kriegen nichts. Kriegen wir. Schmähung. Nö, jetzt kriegen wir nichts. Jetzt geh ich raus. Wenn ich nichts kriege, geh ich raus. Keine Lust schneller. Nö. Puh. Destiny. Nö. Also einen exotischen Modus-Bungie. Den brauchen wir. Dorn und Schmähung gleichzeitig. Das wär einfach so gut. Das wär so gut. Das wär so lustig. Das wär so eine wahnsinnige Action. Am besten dann auch Doppelgranate für alle, bitte. Für den Jäger auch. Nicht nur für die anderen zwei komischen Klassen. Nice. 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 Das hat's gebracht. Mit Schwachkopfradar zu spielen. Mit Klingentänzer. Mit Schmähung. LOL. Okay. Bis dahin. Ciao, ciao.